Wiener. Alles für ihr. Den Charakter in einem Stück Holz herauszuarbeiten und die Geschichte sichtbar zu machen. Das haben die Leute zuerst nicht begriffen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das greift sich auch anders an. Das Feuer tut ja was. Es ist ja auf der einen Seite durchaus zerstörerische Kraft, auf der anderen Seite findet ja auch eine Metamorphose statt. Das Holz verdichtet sich, Risse gehen auf, Spannungen werden sichtbar. All das verändert sich. Und das Spannende ist, wenn die Leute das dann auch wirklich in dem Sinn, wenn sie drüberfahren und diese Haptik spüren, beginnen zu begreifen. Ich finde es wahnsinnig schön, da hierin zu sitzen. Es ist leise, es ist ganz sanft und es ist wunderbar. Bei mir ist ein Auto ein absolutes Nutzfahrzeug. Da geht es darum, dass ich Dinge von A nach B befördern muss und das über weitere Strecken. Aber ich finde es ein sehr schönes Gefühl. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.